AHV-Beitragspflicht für alle. Hast du das gewusst? Hallo und herzlich willkommen. Da ist der Christian von easyinschul.ch. Schön, bist du heute wieder mit dabei. Heute geht es um die AHV-Beitragspflicht. Und zwar zählt die für alle. Hast du das gewusst? Wenn nein, dann erkläre ich dir kurz, warum das so ist. Und zwar ist es wirklich so, dass Studenten, Invalide, frühzeitig pensionierte, sowie nicht erwerbstätige Personen sind beitragspflichtig in der AHV. Das heisst, wenn du zum Beispiel vor 4 oder 65 in Rente gehst, musst du noch AHV zahlen. Wenn du Student bist und nicht berufstätig bist, musst du AHV zahlen. Wenn du Invalid bist, musst du AHV zahlen. Das ist sehr wichtig. Wie? Das erkläre ich dir noch. Es gibt eine Ausnahme hier. Und zwar ist es bei Eheleuten, wenn die erwerbstätige Person mehr als den doppelten Mindestbeitrag einbezahlt, ist die Person, die nicht arbeitet, davon ausgenommen. Wo melde ich das? Und zwar meldest du das bei deiner campanalen Ausgleichskasse, wo du willst. Also im Kanton Basel-Landesbeispiel in Ausgleichskasse Basel-Land. Und du meldest dich dort an, sagst, ich würde gerne den Mindestbeitrag zahlen. Der liegt aktuell plus minus bei 500 Franken im Jahr. Und dann bekommst du eine Rechnung und zahlst den dann für das volle Jahr ein. Und zwar gibt es eine Ausnahme bei den AHV-Rentnern, die noch berufstätig sind. Also das heisst, die, die weiterarbeiten. Und zwar haben die im Prinzip eine Beitragspflicht, das sind von der Beitragspflicht befreit, bis zu einer Freirenze von 16'800 Franken pro Jahr bei Arbeitgebern und im Jahr. Das ist noch wichtig, also wenn du jetzt noch weiterarbeiten wirst, noch 65. Und, wichtiger Punkt ist auch noch, Kinder im Prinzip unter 17 Jahren. Also wenn du jetzt zum Beispiel noch einen Ferienjob machst, irgendwo, dann muss man dir auch keine AHV zahlen. Also erst ab, wenn du älter, 17 bist, zum Beispiel eine Lehre machst, bist du AHV-pflichtig. Warum diese AHV-Pflicht so wichtig ist, ist diesbezüglich das, dass je mehr Beitragsjahre du hast in Zukunft, desto höher wird die Rente sein. Darum immer das im Kopf behalten. Das wissen viele nicht, dass es hier eine Pflicht ist, das zu machen. Aber das ist eigentlich eine Pflicht eher zu deinem Schutze, als zum Schutze von jemand anderem. Also weil du profitierst dann mit dem Alter, dass du regelmässig jedes Jahr AHV einbezahlt hast. Hast du hierzu noch Fragen? Komm auf uns zu. Gefällt dir dieses Video? Bitte teilen, liken, feedbacken. Wenn du es noch nicht bist, dann hoffe ich nicht bald. Sei es in schon.ch. Pass auf dich auf. Dein Versicherungsguide Christian. Ciao. 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 Ciao.